Hey und herzlich willkommen zu diesem Sphere Legacy Challenge Part 45. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Im letzten Part haben wir Weihnachten gefeiert. Falls ihr den ganzen Part sehen wollt, dann ist der hier oder hier. Den verlinke ich euch. Und in diesem Part werden wir ein Baumhaus bauen. Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, denn wir bauen das Baumhaus einfach für Tyler, der auch in diesem Part Geburtstag hat und älter wird. Ich freue mich. Ich würde sagen, wir starten gleich los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es ist 6 Uhr morgens am Donnerstag bei der Familie Harris und McCann. Die Hochzeit steht natürlich auch noch an, aber da haben wir uns auf jeden Fall dafür entschieden, dass wir die zwei heiraten lassen im letzten Part. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und ja, wie gesagt, im letzten Part haben wir auf jeden Fall Enola das Gewächshaus geschenkt. Dean hat sein Fahrrad bekommen und wir werden uns dann heute nach der Schule auch gleich mit Enola um den Garten kümmern bzw. um das Gewächshaus, dass sie eben da, ja, auch ein bisschen mal Erfahrungen schöpft. Das braucht sie auf jeden Fall dann später. Und ich habe auch die Meldung bekommen, dass Dean schon wieder einen lockeren Zahn hat. Also, ja, im letzten Part hat er eben auch einen lockeren Zahn gehabt und dann hat er sich dann gezogen. Ja. Und ich möchte dann vielleicht auch in diesem Part noch ein paar Gemälde malen. Das wäre auch richtig cool, dass wir die Kunstgalerie nochmal öffnen können. Vielleicht kann Kim das ja dann auch gleich starten, sobald sie mit Tyler fertig ist. Sie soll dann vorher noch auf die Toilette gehen und sich hier dann noch etwas zu essen nehmen. Und dann geht sie mal ab in die Kunstgalerie und, ja, wir werden ein paar Gemälde malen. Natürlich nimmt sie Tyler wieder mit aufs Klo. Und die Kids müssen in einer Stunde in der Schule sein. Und wenn die dann wieder zu Hause sind, dann werden wir auf jeden Fall Tylers Geburtstag feiern. Und vielleicht könnten wir dann eigentlich auch Chaps Familie mal hier einladen. Wir kennen die ja nicht. Auf jeden Fall ist er, glaube ich, der Vater, oder? Und guck mal, er ist auch Fastfood-Angestellte. Ich habe im letzten Part gesagt, dass ich möchte, dass Chap einen Job annimmt. Und da dachte ich eben auch an Fastfood. Und das ist ja doch jetzt perfekt, wenn sein Vater auch im Fastfood-Geschäft ist. Das ist richtig cool. Ja, dann können wir auf jeden Fall auch einladen. Und die Mom natürlich auch. Die Faye heißt die, glaube ich. Ich weiß es nicht. Einen Bruder hat er auch noch. Aber ich glaube, den kennen wir gar nicht. Ach doch, das ist sein Bruder. Gideon. Er ist arbeitslos. Okay, ja, auf jeden Fall werden wir die auch einladen. Zu Teil des Geburtstags, dass sie eben, ja, die Familie mal kennenlernen. Ich meine, wir kennen die alle gar nicht. Deswegen wäre das vielleicht nicht so schlecht. Und vielleicht werden wir dann jetzt auch Chap gleich dann die Fastfood-Karriere einschlagen lassen. Das wäre auch cool. Müssen wir halt gucken, wann er dann arbeiten muss. Ich hoffe dann nicht mehr heute. Aber, ja, auf jeden Fall sehr süß. Die haben auch alle ihre Weihnachtspyjama an. Außer Chap natürlich. Der nicht, weil er eigentlich die, ja, weil er die Pyjama nicht mag. Und Nola hat jetzt auch ihren losen Zahn verloren. Da haben wir jetzt eine Urkunde hier von der Zahnfee. Die werden wir natürlich auch in ihr Zimmer hängen, ne? Guck mal, süß. Das hat sie vom Weihnachtsmann geschenkt bekommen. Das lassen wir ja auch im Inventar. Und sonst hat sie noch ein paar Pflanzen. Und genau, guck mal, das haben wir im Urlaub gefunden. Das könnten wir uns vielleicht ja irgendwo hier hinstellen. Es ist riesig. Vielleicht können wir das ein bisschen kleiner machen. Aber ist eigentlich auch egal, ne? Ne, das passt schon so. Das darf schon so groß sein. Cool. Unser Urlaubsandenken. Äh, Girl, was machst du eigentlich? Kannst du das aufhören? Vielleicht bitte? Was auch immer du da machst, wenn du schon aufräumen möchtest, dann kannst du ja hier den Müll wegwerfen. Und dann geh aber, okay, die muss jetzt in die Schule. Ich wollte gerade sagen, hol dir noch was zu essen, aber Enola, geh in die Schule. Okay, so die zwei Kids sind zur Schule gegangen. Und ja. Kim kann jetzt auf jeden Fall hier noch aufräumen. Und dann geht sie runter und wird ein paar Gemälde malen. Währenddessen werden wir Jep eine Arbeit suchen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Hat sie jetzt im Ernsten irgendwo hier das ganze Geschirr wieder abgestellt? Oder hat sie das jetzt in ihr Inventar? Okay, keine Ahnung. So, Jepby Boy. Oh, okay. Vielleicht sollten wir... Nee, er schläft. Okay. Wir suchen jetzt für Jep einen Job. Hm, Job suchen. Mach mal. Das ist so cool, dass dein Vater jetzt auch Fastfood-Angestellter ist. Irgendwie, ja. Finde ich das jetzt total passend. Und wie gesagt, ich habe ja auch im letzten Fall gesagt, dass ich das nicht so passend finde, weil Kim eben selbstständig ist mit der Kunstgalerie. Aber Jep geht es jetzt nicht darum, irgendwie erfolgreich oder viel Geld zu verdienen, sondern ihm geht es einfach darum, dass er ein bisschen rauskommt, unter Leute kommt und mit Leute quatschen kann. Und ja, deswegen wird es sich eben für das Fastfood-Geschäft entscheiden. Denn vielleicht hat er das eben als Kind auch immer mitbekommen, dass sein Vater das auch macht. Guck mal, er arbeitet dann immer nur von Montag bis Sonntags und nur von 6 bis 10 Uhr oder von 17 bis 21 Uhr. Ich würde sagen von 6 bis 10 Uhr, oder? Ja, vielleicht können wir das auch nochmal umstellen. Cool. Hat die Fastfood-Angestellte Karriere eingeschlagen. Jep ist jetzt Tischputzer bei Hamburgerhafen. Er beginnt am Freitag um 6 Uhr. Also morgen beginnt er dann die Arbeit. Das ist dann perfekt. Dann können wir heute noch easy den Geburtstag feiern. Genau. Und du stinkst ein bisschen. Ah, oh Gott, guck mal, die Spüle ist kaputt. Aber die können wir ersetzen für 6 Simoleons. Jep, geh dich mal duschen. Und wir gucken mal, was bei Kim geht. Ah, hier hat sich das abgestellt, Leute. Was machst du, Girl? Ah, naja, okay. Du sollst hier dein Kunstwerk fortsetzen. Was können wir denn mit den Vorteilspunkten machen? Okay, was bringt uns das? Schneller Kassierer. Das ist auch cool. Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen nachgucken. So viele Punkte hat sie noch nicht, weil wir eben auch noch nicht so oft geöffnet haben, hatten. Aber vielleicht machen wir dann im nächsten Part wieder auf. Das wäre richtig cool. Hey, Jep, räum mir ein bisschen auf. Heute bist du noch Hausmann. Hier, komm, putz ein bisschen. So, nachdem wir die Familie von Jep einladen heute, werden wir, glaube ich, auch so ein bisschen dekorieren für die Geburtstagsparty. Ich habe so ein paar Ballons und sowas. Da gucken wir jetzt mal nach und, ja, da können wir uns ein bisschen schick machen. Wenn wir uns hier so eine Pflanze hinhängen würden, wäre es auch cool, ne? Ja, komm, gönnen, gönnen können. Okidoki, guckt mal, Leute, das ist eigentlich für eine Babyparty, aber es passt eigentlich auch zum Geburtstag, finde ich eigentlich. Er ist dann noch ein Baby und er wird auch unser Baby bleiben. Er wird auf jeden Fall erst zum Kleinkind, deswegen passt das. Und da habe ich dann auch schon Geschenke hingelegt, also so Schuhe und Spielzeug. Und da oben können wir hoffentlich dann noch so einen Geburtstagskuchen hin platzieren. Ja, finde ich auf jeden Fall süß jetzt für die Party, eben weil wir Jeps Familie einladen, dass es nicht so unspektakulär wird. Genau, so, ich muss immer Kim ein bisschen beobachten. Guck mal, die macht nämlich, was sie will, diese Frau. Die macht einfach, was sie will. Du sollst malen, 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 malen. Können wir ihr eigentlich mal irgendwas holen, das sie schneller malen kann? Irgendwas gab es doch da. Guck mal, sie hat schon 1785 Punkte. Gibt es da irgendwas Cooles? Ich glaube, das kreative Visionärin, aber das haben wir schon mal gegeben, oder? Kann das sein? Kreative Visionärer schaffen mit größter Wahrscheinlichkeit Meisterwerker der Malerei oder Staffelei. Ich glaube, das haben wir aber schon mal gegeben. Warum macht sie immer noch keine Meisterwerke? Unternehmerische Sims werden in ihrer Karriere mit großer Wahrscheinlichkeit befördert. Das ist auch wieder unnötig. Ja, wenn, dann würde ich das eine nochmal nehmen, obwohl ich mir sicher bin, dass wir ihr das schon mal gegeben haben. Jetzt haben wir Meisterwerk gemalt. Jetzt, wie ich es gesagt habe, ne? Okay, weiter geht's im Text. Komm, sehr brav. Bis dass die Kinder zu Hause sind von der Schule, malen wir noch fleißig. Ich weiß dann gar nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wenn wir das nächste Mal das Geschäft öffnen, dass unsere Mitarbeiterin, die Ashlyn, oder wie hieß sie jetzt nochmal? Ashlyn, genau, dann die Gemälde verkauft und Kim malt währenddessen. Bin ich sehr gespannt, wie das abläuft. Ey, weiter mal. Ey, Chap, du könntest währenddessen vielleicht dein Baby baden. Und die Kids sind auch zu Hause von der Schule. Ja, Enola hat hart gearbeitet und ist jetzt 1er Grundschülerin. Sehr gut, das wollte ich unbedingt. Das freut mich. Dean ist für heute fertig mit der Schule. Eine 2 ist eine gute Note, das bedeutet jedoch nicht, dass er keinen Raum für Verbesserung gebe. Damit sind wir auf jeden Fall zufrieden, denn, ja, Dean ist eigentlich eher so, der, der sich nicht so viel um Schule schert und möchtet ihr euch vielleicht irgendwas anderes anziehen? Nicht? Oder, keine Ahnung. Dean macht auf jeden Fall gleich ein kleines Nickelchen, denn heute haben wir noch einiges vor und er ist ein bisschen müde, deswegen, ja, und Enola wird sich dann jetzt hier in ihr Gewächshaus machen und sich um ihre Pflanzen kümmern. Warum haben wir immer noch nicht genügend Mentalfähigkeit? Wollt ihr mich verarschen? Was ist das überhaupt? Spinat und Spinat. Glockenblumen. Können wir auch einpflanzen, ne? Was haben wir hier? Salbei. Dann pflanzen wir noch irgendwas ein. Kommt, Paprika pflanzt du noch ein und hier eine Taro. Salbei haben wir noch. Hier Pasilikum, auch rein damit. Und hier setzen wir noch so eine Glockenblume ein und vielleicht da dann noch einen zweiten Paprika. Paprika, ja, das hat Enola heute vor. Wenn sie es schafft, bis hier nach hinten zu kommen, mit diesem Schneesturm. Okay, mal das fertig. Ah, okay, sie ist schon fertig. Sehr fleißig, sehr, sehr fleißig. Dann haben wir hier wieder genügend Gemälde eigentlich, um aufzusperren. Vielleicht schaffen wir heute noch ein paar Gemälde, aber das wäre eigentlich richtig schön, ne? Das könnten wir jetzt oben auch irgendwo hinhängen. Aber wir haben sowieso, ja, hier über, über, äh, nicht schon. Guck mal, wenn sie das nochmal malen würde, wäre das wirklich schön. Dann haben wir einen Rahmen, da bekommen wir aber immer nur einen schwarzen. Ich möchte einen weißen. Okay, das lassen wir mal hier oben, weil das gefällt mir eigentlich richtig gut. Und es ist selbst gemacht. Okidoki. So, Kim, geh nach oben und mach einen Kuchen, denn die Party wird jetzt hier gleich steigen und abgehen, hoffentlich. Können wir nicht, ne, äh, kochen einfach. Ja, genau, kochen. Und wir machen einen, äh, was machen wir denn für einen Kuchen? Winterkuchen wäre süß, ne, weil Winter gerade ist. Machen wir einen Winterkuchen. Ich weiß, wir brauchen eigentlich keinen Kuchen, aber wir machen halt das, weil wir Besuch bekommen, ne? Deswegen. Und wie sieht's bei der Enola-Mausi aus? Alles schick, alles fein bei dir? Bei dir müssen wir unbedingt dann noch mit der Mentalfähigkeit hier nach oben kommen, obwohl sie schon Level 5 hat, ne? Was, wie sieht's hier bei denen aus? Sozial hat er 7, die alte Quatsch-Bierne. Süß! Dann hat sie jetzt neue Pflanzen eingepflanzt hier. Und guck mal, wir könnten hier eigentlich schon ernten. Kannst du mit dem, äh, Geschichte über Bettwanzen erzählen? Genau, mach das mal. Ne, nicht reinlaufen. Komm wieder rein. Ist das dann auch für die Mental? Wahrscheinlich nicht. Ne, das ist einfach gar nichts. Das hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendeine Fähigkeit. Ähm, die Mausi hat schon Hunger, aber es gibt gleich Kuchen, deswegen werden wir ihr jetzt nichts zu essen geben. Sie kann dann hier wieder den Himmel beobachten, um, ja, die Mentalfähigkeit raufzubringen. Und es ist mittlerweile echt schon ein bisschen spät. Ne, laufen noch drinnen, aber du gehst nicht zur Theatergruppe. Hä? Tyler Meilenstein erstes was? Ein Schaumbad freigeschaltet. Ich dachte mir schon, wir waren doch schon öfter baden. Vielleicht eben wegen dem Schaumbad. Kannst du das noch wegwerfen und dann, oh Gott, guck mal, was Tyler anhat. Tschüss! Hab ja auch noch nicht gesehen. Und dann werden wir, können wir eine Geburtstagsparty feiern mit so einem kleinen Baby? Geht das? Wahrscheinlich, ne? Genau, probieren wir jetzt einfach mal. Kim, hast du einen Kuchen fertig? Wo ist der Kuchen? Äh, Kim, wo hast du den Kuchen? Hä? Ich habe dir jetzt den Kuchen hingestellt. Wahrscheinlich wieder hier rein, oder? Hey, wo ist der Kuchen jetzt hin? Oder habe ich den schon in den Kühlschrank gepackt? Ah, da ist er ja. Können wir den hier raufstellen? Oh süß, guck mal. Und jetzt können wir hier keine Geburtstagskerzen drauf machen, aber es ist auch egal, denn das brauchen wir auf jeden Fall nicht für Tyler. Äh, Kim, wie wäre es, wenn du dich vielleicht auch mal umziehst? Denn jetzt bekommen wir dann gleich Besuch, glaube ich. Ich freue mich auch schon so, wenn wir Kim nochmal umstylen können. Wann wird denn sie? Na, nächste Woche. Okay. Wie sieht es jetzt aus, Chap, mit der Party? Mensch, was ist denn hier los? So, und jetzt mach das mit der Party. Er ruft so an und sagt, hi Dad, hi Mom, habt ihr Lust heute bei uns vorbeizukommen? Oh, Chap, du hast dich schon lange nicht mehr bei uns gemeldet. Ja, ich weiß, es tut mir leid, aber ich muss euch einige Leute vorstellen. Wenn ihr Lust habt, kommt doch auf die Geburtstagsparty meines Sohnes. Und dann könnt ihr auch noch zwei weitere Enkelkinder von euch kennenlernen, die ihr noch nie gesehen habt. Genau, so wird es ablaufen. Wir machen jetzt hier Geburtstagsparty. Geburtstagsparty, ich glaube, wir können ihn wirklich auswählen. Tschüss. Natürlich Dean, Enola, Kim, das brauchen wir, glaube ich, nicht drücken. Gideon, der Bruder, der Kletos, der Vater und die Feja, glaube ich, nepperti, die Mom kommt natürlich vorbei. Und wir machen das Ganze bei uns zu Hause. Ach Gott, Kackeverdammte. Ja, die muss ich jetzt, oder kann ich die jetzt hier auch hinholen? Okay, nee, ich muss die jetzt auf unser leeres Grundstück, aber ist egal. Das ist ganz egal, denn wir gehen dann einfach wieder rüber, ne? Easy peasy. Hello, hello. Ein paar Tipps für erfolgreiche Veranstaltungen. Für eine Geburtstagsfeier wird ein Kuchen benötigt, den haben wir. Ach Gott, wie cool. Können wir bitte alle hier rüber gehen? So, wir sind alle eine Runde. Und dann gehen wir alle hier rüber. Kann ich reisen, weil ein Gesicht schafft, ich jetzt. Leute, das ist voll gemein jetzt. Ach, da kommen wir hier nicht rüber. Soll ich das wieder abbrechen dann einfach? Ja, komm, wir brechen es einfach wieder ab. Die war nicht erfolgreich, die Party natürlich. Aber wir wollen natürlich hier Trüben feiern. Und alle sollen mitkommen. Ja, das war ein bisschen dumm. Dann hätte ich sie eigentlich auch einfach so einladen können. Aber jetzt wissen wir Bescheid, dass es nicht so funktioniert. Das ist ganz egal, denn wir gehen dann einfach wieder rüber, ne? Easy peasy. Okidoki, hier sind wir. Und wir gehen auch gleich rauf, denn es ist einfach viel zu kalt. Komm, gehen wir mal alle zusammen hier hin. Haben wir eigentlich ein Radio? Haben wir nicht, oder? Vielleicht kaufen wir uns noch schnell ein Radio. Das nervt zwar eigentlich immer ein bisschen, weil die dann immer ein Radio einschalten. Aber für die Party. Für die Party brauchen wir einfach ein Radio. Sind alle jetzt hier? Ah, die können gar nicht hier rein, weil ich das abgeschlossen habe. Aufschließen. Wah, Leute, hier liegt eine Windel, oder? Kannst du das in den Eventar packen? Danke. Ein Teller einfach. Und das müssen wir auch noch. Ok, die ist offen. Dann probieren wir es nochmal hier alle zusammen hingehen. Nicht in die Kunstgalerie, ihr Dödel. Dödel. Äh, Enola hat sich einfach schon Kuchen genommen. Du wilde Mausi, du. Äh, wir werden uns, ach Gott, der ist wieder duschen gegangen. Ach, ihr seid einfach nur schrecklich. Kim wird sich auf jeden Fall jetzt natürlich gleich mal bei ihren Schwiegereltern freundlich vorstellen. Und bei ihren Schwager oder zukünftigen Schwager wird sie sich natürlich auch freundlich vorstellen. Wir kennen die ja alle noch gar nicht. Wir können ihm ein Autogramm geben. Löstig. Einem Fan umarmen. Ja, die haben auf jeden Fall jetzt genügend zu quatschen, die alle hier. Und, ähm, der Bruder hat sich auch schon, oder ist das der Bruder, ist das der Opa? Nee, das ist der Opa. Komm, stell dich mal bei ihm vor. Süß. Und Dean, du stellst dich bitte auch bei deinen Opa vor. Und bei der Oma natürlich auch. Und bei deinem Onkel auch. Wenn ich weiß, wo er ist. Weiß nicht, wo er hingegangen ist. Jetzt kennen sie sich auch alle. Das finde ich ja wundervoll. Ähm, steht hier jetzt auch Opa. Mensch, Leute. Hast du deinen Onkel auch schon kennengelernt? Wenn ich wüsste, wo er ist. Ah, hier, guck mal. Er trägt uns gleich den Müll raus. Ähm, stell ich bei ihm auch freundlich vor. Und Dean, du natürlich auch. Ach, das finde ich ja niedlich. Und wir werden auf jeden Fall jetzt, äh, die Party steigen lassen. Guck mal, die Oma räumt hier sofort das Fläschchen auf. Wir werden auf jeden Fall jetzt den Tyler älter werden lassen. Können wir vorher noch vorstellen an... Oh, süß, guck mal an Opa. Und nochmal vorstellen an die Oma und an den Onkel. Jep, mach das. Guck mal. Oh, süß. Oh, wie geil. Oh, mein Opa. Es ist so lustig mit dir. Ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir. Und hoffe, dass es dir genauso geht. Süß, jetzt hält ihn der Opa. Komm, ich möchte ihn auch noch Oma vorstellen. Naja, egal. Wir lassen auf jeden Fall jetzt Tyler älter werden. Da kann er sich, glaube ich, dann selbst, ähm, vorstellen. Wie geht das jetzt? Baby-Pleger, kann ich denn ihn jetzt älter werden lassen? Kannst du ihn wieder hergeben? Vielleicht? Ach Gott. Neue Familiendynamik schwierig. Was Autorität angeht, bringen einige jüngere Sim, ältere Sim keinen Respekt entgegen. Und dies ist bei Dean und Kletus definitiv der Fall. Familienmitglieder mit der Familiendynamik schwierig sind häufiger gemeint zueinander. Der jüngere Sim befolgt selten die Regeln oder Anforderungen des älteren Sim. Und der jüngere Sim beschwert sich häufig bei dem älteren Sim. Würdest du sagen, dass die Familiendynamik zwischen Dean und Kletus schwierig ist? Finde ich richtig süß, weil unser Dean ist ja so ein bisschen der Verzogene, der einfach kein Blatt vom Mund nimmt und sich nichts sagen lässt. Und in der Schule das tut, was er will und generell das tut, was er will. Und da ist der Opa noch vom alten Schlag und denkt sich so, ey, was ist mit den Jungen verkehrt, weil er hat überhaupt keine Manieren. Und deswegen ist das Familienverhältnis zwischen den zwei schwierig. Deswegen drücke ich da jetzt auf Ja und ich möchte jetzt bitte mein Kind wieder zurückhaben, Opa. Kann ich ihn wieder nehmen, bitte? Kannst du das Kind wieder hergeben? Er gibt uns unser Kind nicht mehr. Und Jeff wird jetzt wütend. Ach Mensch, oh Gott, was ist denn hier los? Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Jeff ist enttäuscht, nachdem er Sims aus seinem Freundschaftskreis beim Streiten beobachtet hat. Eigentlich sind sie doch gar nicht so. Wahrscheinlich jetzt Dean und Opa, ne? Kann auf jeden Fall sein. Kannst du jetzt unser Kind endlich loslassen? Wir werden den jetzt nirgendwo mehr vorstellen, wenn das dann zu lange dauert. Wir möchten ihn älter werden lassen, bitte. Können wir ihn bitte einfach älter werden lassen, Leute? Wir gehen das jetzt wieder. Geht ihr jetzt? Geht ihr jetzt alle wieder? Ach Mensch. Naja, war auf jeden Fall schön, die Familie hier zu haben. Und wir wissen jetzt, dass sich Dean und Opa gar nicht gut verstehen. Dean, räum das mal auf, für dass du heute so frech warst. Aber warum kann ich denn Tyler nicht älter werden lassen? Jetzt habe ich es endlich, Leute, älter werden. Oh, Baby. Baby Tyler wird älter. Ich bin aufgeregt. Wo gehst du denn damit? Wo gehst du denn jetzt hin? Oh, süß. Er ist ja unser ruhiges Baby. Tyler hat ein Bonusmerkmal erhalten. Du findest alle seine Bonusmerkmale in der Simologie-Leiste. Das Kleinkindalter. Den ganzen Tag mit Spielsachen spielen, die Welt entdecken und die Kommunikation mit Worten lernen, anstatt einfach loszuholen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um im Hinblick auf die Zukunft mit den Fähigkeiten Aufbau zu beginnen. Was hat er denn hier für ein Bonusmerkmal? Glücklicher Säugling. Ich würfel das jetzt trotzdem mal dreimal. Eins, zwei, drei. Wild. Nee, das passt natürlich gar nicht. Dann gucken wir mal. Er könnte eigentlich so ein bisschen unabhängig werden. Dieses Kleinkind lieben ihre Freiheit und mögen es nicht, von ihren Pflegepersonen befürwortet zu werden. Sie bauen zusätzlich Fähigkeiten auf, wenn sie alleine gelassen werden und brauchen weniger Aufmerksamkeit als andere Kinder. Und ich glaube, das passt sehr gut, denn er mag es ja auch nicht gehalten zu werden, oder? Ich glaube, das war Tyler. Ja, wir geben ihm das jetzt auf jeden Fall mal. Oh mein Gott, du bist voll riesig. Er sieht voll groß aus, oder? Tyler ist älter geworden und ich werde diesen Part jetzt beenden mit diesem süßen Anblick. Wir werden ihn im nächsten Part umstylen, denn ich möchte unbedingt noch ein bisschen Sisi shoppen. Ich habe nämlich noch nicht so viel Sisi für Kleinkinder, beziehungsweise dann für Säuglinge. Da möchte ich auf jeden Fall noch nachgucken. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Bis zum nächsten Part. Ansonsten machen wir das einfach so. Ja, falls ihr irgendwelche Story-Vorschläge habt, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und über ein Abo und ein Däumchen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss! Tschüss!